Auf einer Skala von 1 bis Yid. Wo sehen sie sich da? Irgendwo Richtung Norden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Shopcasts. Was das jetzt genau sollte, keine Ahnung, es lag mir jetzt gerade in der Zunge, ich wollte es raushauen. Willkommen bei Shopcast-Folge in der Staffel Nummer 2. Letzte Woche hatte ich ja einen Spezialgast am Start im Podcast und der ist heute nicht da. Das war der gute Rodriguez, a.k.a. Rodrigo El, a.k.a. der Mexikana, a.k.a. genau, Spitzname einfügen. Ihr dürft mich gerne noch nachträglich wissen lassen, wie euch der Podcast letzte Woche gefallen hat, ob euch der gute Herr am Mikrofon da auch gefallen hat und ob ihr den wiedersehen und hören möchtet, denn ich habe generell Lust, eigentlich ein paar mehr Leute aus dem Real Life noch einzuladen und mal hier in den Podcast reinzuholen, weil da auch Leute dabei sind, die eben auch was zu erzählen haben und mit denen ich auch gut reden kann. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich gerne wissen. Es gab ja zu dem Podcast letzte Woche irgendwie relativ wenig Rückmeldungen, ich glaube keinen einzigen Kommentar, das war ein bisschen schade, weil ich eigentlich dachte, dass da ein bisschen mehr kommen würde, weil der Entertainment-Faktor doch meiner Meinung nach recht hoch war. Aber deswegen frage ich nochmal hier nach, explizit nach Feedback. Schreibt mir gerne hier einen Kommentar, wie ihr es letzte Woche fandet. Schreibt mir unter dem letzten Podcast, der natürlich auch auf dem Kanal zu finden ist, noch einen Kommentar, wie ihr es letzte Woche fandet und schreibt mir dann auch da einen Kommentar, wie ihr es davor fandet und schreibt mir am besten immer pro Podcast zwei Kommentare pro Video, weil dann ist der Algorithmus glücklich und dann wird mein Video angezeigt. Nicht bei der Polizei, bitte. Ihr wisst ja, wie das Game läuft auf YouTube heutzutage. Genau, also lasst mich gerne wissen, wie ihr es letzte Woche fandet. Der feine Herr freut sich da auch über Feedback und heute bin ich wieder allein am Start und das ist auch gar nicht so schlimm. Also natürlich ein bisschen weniger Schlagabtausch hier jetzt, aber geht ja auch schlecht, weil ich punch mich ja nicht selber. Lustig. Alter. Allem voran mal wieder kurz eine Werbeeinblendung und ein kurzes Update zum Thema Alternative Waste CDs. Die CDs, da in dieser Kiste, auf die ich gerade meinen Finger drauf zeige, in dieser Kiste liegen die CDs. Das heißt, sie sind da, aber ich kann sie noch nicht verschicken. Denn einerseits, die Sticker sind euch da und wir müssen sie nächste Woche noch unterschreiben. Und das werden wir, wie gesagt, nächste Woche tun. Das heißt, in zwei Wochen werden die CDs auf ihren Weg geschickt und dann gibt's Rambazamba. Es sind noch nicht alle vergeben. Das heißt, wenn ihr noch keine habt, schreibt uns eine E-Mail an alternativewaysofficial.gmail.com Alles zusammengeschrieben oder auch per Instagram als Direct Message oder gerne auch an mich persönlich über Discord zum Beispiel. Link zum Community Discord ist ja auch in der Videobeschreibung. Falls ihr da noch nicht drauf seid, kommt gerne und habt Spaß bei uns. Da gibt's mal lustige Memes und Info-Zeug und generell einfach random talk. Das ist immer ganz lustig da. Genau. Also, gönnt euch eine CD, wenn ihr noch keine habt und ballern. Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Alternative Ways ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da haben wir nämlich letztens ein lustiges Video rausgehauen aus den Recording Sessions, wo wir einen kleinen, nennen wir es mal, Remix fabriziert haben. Da hat Yannick seiner musikalischen Fantasie ein bisschen frei in Lauf gelassen und einen Riff geschrieben, wo man meinen könnte, es gäbe es schon, aber ist natürlich von ihm. Genau. Soviel zum Werbeteil. Und worum soll es diese Woche gehen? Es ist eine gute Frage. Es gibt ein relativ aktuelles Thema, so aus meinem Alltag, denn wie es die einen oder anderen Uwes aus den Streams und in meinem Discord mitbekommen haben, hatte ich am Dienstag meine Abschlussprüfung von meinem SAE Audio Engineering Diploma, dem Studiengang, den ich jetzt die letzten anderthalb Jahre besucht habe und darüber kann ich so ein bisschen erzählen, denn ich habe ja letztes Jahr im März angefangen an der SAE in Frankfurt zu stehen, also SAE, School of Audio Engineering, aber da gibt es auch andere, sagen wir mal multimediale Kurse von Game Design über Game Development, über Webzeugs, über Music Business und Film und eben halt Audio. Ist da alles dabei. Und da habe ich eben Audio Engineering studiert für die letzten anderthalb Jahre und habe da jetzt eben nach drei Semestern, nach drei Silvestern mein Diploma noch nicht in der Hand, noch habe ich es nicht da, aber ich habe eben meine Prüfung, meine Abschlussprüfung gemacht. Im Laufe dieser anderthalb Jahre habe ich leider recht wenig Zeit an der Uni verbracht, weil eben Corona war und naja, ich habe es schon mal letztes Jahr erzählt, glaube ich im Podcast, mein erster Studientag, mein erster Unitag war der erste Tag des offiziellen ersten Lockdowns, der 16. März 2020. Zumindest mal war das der Lockdown in Hessen und hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Und das heißt, das Studium begann erstmal sehr, sehr glorreich mit relativ wenig Kontakt zum Campus, relativ wenig Kontakt zu den Dozenten und noch weniger Kontakt zu, naja, meinen KurskollegenInnen. Das war natürlich ein suboptimaler Start. Was sich im Laufe der Zeit so ein bisschen eingekriegt hat, also um jetzt generell mal so ein bisschen der Studiumrevue passieren zu lassen, bevor ich jetzt hier über die Prüfung rede, hat sich ein bisschen eingekriegt. Wir haben dann irgendwann im Sommer die ersten Workshops vor Ort gemacht mit Drumrecording und Bass- und Gitarrenrecording und Vocalrecording, wie man da eben Mikrofone aufbaut und wie man das eben alles vor Ort halt quasi macht, am Objekt, also Instrument war das das Wort selber. Und das ist halt auch so ein bisschen Live-Bezug zu bekommen und das mal hören und nicht nur online in Vorlesungen sehen. Genau. Was dann eben auch dazu kam mit der Zeit, waren auch wieder vor Ort Vorlesungen. Allerdings fand der Großteil der Informationsflut des Studiums immer noch online statt, wo andere Unis zum Teil schon wieder offline errichtet haben. Was dann so ein Punkt war, der mir jetzt im Nachhinein rückblickend auf das Studium nicht so gefällt. Also ich hoffe für die SAE, dass sie da in Zukunft wieder mehr zum Live-Unterricht zurückkommen, aber von dem, was ich gehört habe und von dem, was ich auch so an Vermutungen habe, werden sie wahrscheinlich ja nicht tun, weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch schon längst getan. Also da in der Hinsicht würde ich mir überlegen, ob ich das Studium jetzt nochmal anfangen würde, denn es war zwar okay und der Vorteil war jetzt, wir können uns auch die Vorlesungen im Nachhinein nochmal anschauen, die aufgezeichnet wurden. Problem war aber auch, dass die Online-Vorlesungen ab einem gewissen Punkt deutschlandweit gemacht wurden und nicht nur über einen Campus, weil es gibt mehrere Campusse, Kampi, Kampeten in Deutschland von der SAE, ich glaube irgendwie neun Stück oder sowas oder keine Ahnung, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, gehört aber auch nicht zum Studenten dazu und dass da wurden eben quasi alle Kurse aus diesem, alle Klassen aus diesem Semester wurden dann quasi deutschlandweit zusammengepackt in eine Online-Vorlesung und es wurde halt ein Dozent oder zwei Dozenten wurden dann eben eingesetzt, um zweimal die gleiche Vorlesung zu halten, bloß mit ihren eigenen Perspektiven und da hat man eben zwei Dozenten gehabt zur Auswahl, aber es war immer das Problem, dass vielleicht auch einer oder manchmal auch beide einfach nicht so auf der Höhe waren oder nicht so den Unterricht gemacht haben, wie es jetzt vielleicht jemand aus unserer Region gemacht hätte, wo man A aus dem ersten Semester schon die Dozenten kannte, also ich muss dazu sagen, ab dem zweiten Semester war das so, dass wir quasi dann den Online-Unterricht national zusammengefasst hatten, im ersten Semester hatten wir eben noch Frankfurt only und wenn man sich dann so an die Dozenten gewöhnt und man merkt, okay, die können was und die sind cool und dann kommen plötzlich irgendwie Dozenten random aus irgendwelchen anderen Teilen des Landes und da sind dann manche dabei, die hast du dann ein einziges Mal und dann hast du nächstes Mal wieder einen anderen Typen und dann hast du nächstes Mal wieder einen anderen und dann hast du wieder einen anderen und dann wieder einen anderen und du kannst dich eigentlich gar nicht so wirklich an was Gleichmäßiges, Konstantes gewöhnen und du musst dich immer wieder auf andere Unterrichtsarten einstellen, immer wieder auf andere Herangehensweisen, an eben eine Vorlesung und andere Arten zu erklären und auch an anderen, sag mal, an andere Grundvoraussetzungen, an einen anderen Standpunkt, weil jeder Dozent hat ja einen anderen Erfahrungswert, den er mit sich trägt und hat andere Arten und Weisen eben seinen Content rüberzubringen und wenn du dich mal an einen gewöhnt zu einem eingroovst, der dir auch gut zusagt, der deinem Lerntyp entspricht und dann kommen da aber jede Woche ein anderer und du musst dich ständig irgendwie dann im Kopf auch wieder darauf einstellen und dann geht halt auch viel verloren und das war sowas, wo ich im Endeffekt sagen muss, das war eigentlich der größte Negativpunkt, dass wir eben diese national zusammengefassten Online-Vorlesungen hatten, wo ich dann auch sagen würde, so das würde ich definitiv raten, nicht mehr so zu machen, also so an die SAE jetzt. Qualitativ war natürlich, also von der Themendichte her war alles irgendwie vertreten, hätte man teilweise noch ein bisschen mehr einsteigen können in die Theorie, in die Tiefe, aber dazu habe ich jetzt aktuell noch den Plan gefasst oder auch schon umgesetzt, mir noch einige Vorlesungen nochmal nachträglich anzuschauen und auch vor allem die Dozenten, die ich eben nicht live sehen konnte und mir dann eben da nochmal den Content zusammen zu kratzen. Ich bin ja gerade dabei, das Thema Stereo-Mikrofonie nochmal durchzugucken, das waren auch glaube ich drei oder vier Vorlesungen mit jeweils drei Stunden und da bin ich jetzt irgendwie im letzten Drittel der zweiten oder so schon über das Wochenende angekommen, habe mir das immer nebenbei reingezogen, auch beim Zocken oder sowas, wie ein YouTube-Video. Ich gucke mal, ich höre einfach zu, schnappe Sachen auf, weil einiges davon weiß ich ja schon, das meiste weiß ich schon und schnappe halt Sachen auf, die vielleicht neu sind oder die anders sind, die in der Vorlesung, die ich damals live versucht habe, nicht vorkamen und dann habe ich da auch wieder was Neues gelernt und kann das schön gechillt nebenbei als Entertainment-Berieselung einfach so genießen. Genau und das macht dann auch nebenbei noch ein bisschen Spaß. Macht sowieso, weil das Thema ist auch cool. Genau, das war so ein bisschen das Ding. Natürlich, was parallel dazu natürlich schon cool war, war, dass wir halt wieder auch vor Ort waren und dann viel in die Studios konnten und so weiter und dann auch aufnehmen konnten und mit dem, was wir dann eben auch gelernt haben, eben auch live verfahren konnten, was natürlich ein bisschen blöd war, dass natürlich pandemiebedingt unsere Klasse in Gruppen eingeteilt werden musste und die Unterrichte entsprechend gekürzt werden mussten, dass alle Gruppen auch drankommen können. Das war so sehr auch ein Negativpunkt, ein großer Negativpunkt des Live-Unterrichts, dass wir eben auch da viel an Content und an Unterrichtszeit einbüßen mussten und ja, tatsächlich, ich bin schon einer von den Leuten, die sich darüber beschweren, wenn er weniger Unterricht bekommt. Einerseits, weil ich habe dafür gezahlt und zweitens, ich will das ja lernen. Ich bewerbe mich ja nicht bei einer Uni, wo ich halt ein Fach belege, wie zum Beispiel Tontechnik, was ein Fach ist, was, sagen wir mal, kein konventioneller Beruf in dem Sinne ist, wie jetzt, weiß ich nicht, Sekretär oder Büroangestellter oder meinetwegen auch Ingenieur oder sonst irgendwas, wo man eben irgendwo festangestellt ist und ein festes Einkommen hat. Die meisten Tontechniker sind halt quasi Freelancer, die gepunkt werden, und das ist halt ein Beruf, der auch ein Risiko birgt und der auch mit sehr viel, sagen wir mal, Emotionen verbunden ist und sehr viel Traum auch irgendwo, weil man will ja auch, natürlich, Musik ist ja auch ein Gebiet, wo man jetzt nicht einfach mal so reinrutscht, weil man nichts anderes findet. Musik ist was, wo man sich aktiv für entscheidet, das zu machen, sehe ich zumindest so, weil Musik eben als Beruf ein großes Risiko birgt, weil es eben kein sicherer Beruf ist, der immer irgendwie bedient wird, mit Arbeitsplätzen zum Beispiel. Eher ist es sogar ein Markt, der sehr übersättigt ist, aber trotzdem kann man dann noch Fuß fassen, wenn man sich eben Mühe gibt. Genau, und deswegen, wenn ich mich an der Uni bewerbe, die mich in so ein Berufsfeld katapultieren soll, dann mache ich das natürlich, weil ich auch was lernen möchte. Ich gehe da nicht hin, weil ich meine Zeit absitzen möchte, ich gehe da nicht hin und zahle vor allem kein Geld, weil ich einfach irgendwas machen möchte, um am Ende irgendeinen Wischen dahin zu haben. Das Blatt Papier, wo draufsteht, ey, Diploma, irgendwas, es ist mir so vollkommen egal. Es geht mir darum, was ich über diese eineinhalb Jahre gelernt habe, was ich gemacht habe und was ich jetzt daraus machen kann. Ich muss übrigens sozusagen, dass mein Studium nicht vorbei ist. Ich mache noch einen Bachelor hinterher, so ein Jahr bin ich noch an der Uni dran. Aber das ist jetzt quasi der erste Abschnitt gewesen, der große Abschnitt, wenn man so möchte. Und genau, das ist eben sowas, wo ich mir dann denke, da hätte ich mir ein bisschen mehr einfach teilweise gewünscht und ein bisschen mehr Vollgas. Klar, ist natürlich auch Pandemie geschuldet gewesen und ich wusste am Anfang auch nicht direkt, was wir machen sollen, wobei sie relativ schnell ein Konzept hatten, um da entgegenzuwirken, schneller wie manche Regierung zum Beispiel. Aber, naja, auf jeden Fall habe ich mich dann so durch das, die letzten eineinhalb Jahre durchgehustelt mit diversen Abgaben, mit Musikproduktionen, mit Hörspielproduktionen, mit noch mehr Musikproduktionen und Remixabgabe und dies, das und dann mal da im Studio gechillt und mal da dann am großen, fetten Mischpult aufgenommen und da mal an der Native Instruments Maschine ein Beat eingespielt und das war sehr cool. Leider war halt der Kontakt auch zu den anderen Leuten nicht so krass da, weil man hat sich halt nicht einfach mal so am Campus versammelt und mal irgendwas zusammen gestartet, was natürlich für mich auch schwer ist, weil ich halt einen sehr, sehr dichten Zeitplan habe und einen sehr, sehr weiten Anreiseweg auch. Na gut, einige Leute haben das Kurs einen noch längeren. Ich hatte jetzt ungefähr so 80, 90 Minuten, bis ich da war, was aber schon viel ist, wenn man da bedenkt, dass man am liebsten eigentlich jeden Tag da sein würde, wo was zeitlich schon nicht geht bei mir, aber eben auch von der Fahrt, weil es kostet natürlich auch Geld und am Anfang wollte ich mir auch kein Zugticket leisten, weil ich mir dachte, ey, ich weiß gar nicht, wie oft ich überhaupt hin kann wegen Corona und so und dann da irgendwie ein Arsch voll Geld bezahlen für ein Zugticket, irgendwie fast 1000 Euro im Jahr für ein Max-Ticket und ein Hessen-Ticket 900 irgendwas, wo ich dann vielleicht, weiß ich nicht, alle drei, vier Wochen einmal hinfahren muss. Das war mir dann auch zu viel. Im Endeffekt wäre ich froh gewesen, ich hätte mir zwei Tickets früher geholt. Jetzt werde ich es machen, weil sonst tanke ich mich weiterhin dumm und dämlich, zumal der Sprit ja auch nicht billiger wird. Lell. Aber ja, es war halt auf jeden Fall so ein bisschen, diese Nähe hat halt gefehlt. Das war so ein bisschen schade, hätte ich mir so gewünscht. So ein bisschen dieses Schulklassen-Feeling. Haben auch einige aus meinem Kurs gesagt, dass sie das eigentlich auch, dass sie sich das erhofft hatten, was im Endeffekt aber nicht kam. War ein bisschen schade. Egal. Trotzdem war es eigentlich im Großen und Ganzen eine positive Erfahrung bisher. Zumal eben auch die Möglichkeiten dort selber einfach geil waren. Also die Sessions waren immer nice, die Leute waren nice, wenn man mal was zusammen gemacht hat. Bloß hat sich immer in einem relativ kleinen Rahmen bewegt. Soweit, wenn ich mal so meine Abgaben Revue passieren lasse. Ich habe da am Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres, habe ich für die erste große Musikabgabe, für eine kleine Musikabgabe-Produktion, habe ich einen Akustik-Track aufgenommen. Das war ganz cool, auch wenn es da bei den Aufnahmen ein bisschen Probleme gab, aber da kommt man nicht drum rum. Dann gab es eine Hörspielproduktion, die ich machen musste. Da habe ich auch schon mal in einem Podcast über gesprochen, weiß ich gar nicht. Ah ne, zum Zweifel habe ich gar keinen Podcast gemacht. War ja Anfang des Jahres. Da habe ich halt auch dann mit ein paar Leuten aus meiner hier Gang halt ein bisschen was zusammen gemacht. Auch mit dem Rick übrigens. Super Flash Crash. Grüße gehen raus. Till Salt wird für immer dein Name sein. Und der Porsche, der eigentlich ein Audi war, wird immer dein Auto sein. Das war auch ganz witzig, das Projekt. Da musste ich halt einen Hörspiel-Ausschnitt vertonen, hatte nur in Skripten, sonst gar nichts. Hat dann eben unter anderem den Rick ins Boot geholt, um so einen Typen zu spielen, der quasi, also sprechen, der quasi mit seinem Porsche angefahren kommt. Und da musste ich eben auch logischerweise einen Porsche durchs Klangbild fahren lassen. Natürlich hatte ich keinen Porsche, aber ich bin dann über ein paar Ecken an einen Audi, ich glaube es war ein Audi, im Turbo drin gekommen, der halt ein bisschen schönes Motorgeräusch gemacht hat. Und da haben wir auch mit meinem Zoom-Recorder, mit meinem Zoom-Recorder von der Uni und meinem Louis-Stereo-Mikrofon, die ich witzigerweise hier liegen habe, habe ich dann wirklich, habe ich mich auf den Gehweg gestellt in einer kleinen Straße und habe halt wirklich dann einfach dieses Auto aufgenommen, wie es von links nach rechts einmal durchs Bild gefahren, durchs Klangbild gefahren ist und halt dazwischendurch mal kurz aufs Gras getreten hat. Das war schon echt lustig. Und da habe ich da quasi, ja, das hat Spaß gemacht. Aber das sind halt die Sachen, die haben halt echt Spaß gemacht, sondern auch die Atmung aufzunehmen, irgendwie haben wir an den See gestellt, haben immer abgewartet, bis die ganzen Scheiß-Jogger vorbeigelaufen sind, damit wir mal ein bisschen Atmosphäre aufnehmen können, so Außenatmosphäre, so Windgeräusche und so Vögel, die so und so machen. Das war schon geil. Also da kann man schon nichts sagen. Hat schon echt Spaß gemacht. Dann hatte ich jetzt, habe ich ja auch schon erzählt, jetzt im Podcast, dann die letzten Male so, hatte ich ja für meine große Abgabe jetzt im Sommer oder für vor einer Woche habe ich die abgegeben, habe ich ja ein Cover gemacht von Twenty One Pilots von Formidable im Beatles-Style. Das kann ich leider nicht veröffentlichen, so gerne ich auch würde. Aber vielleicht mache ich irgendwann nochmal sowas in der Art. Muss mal gucken. Und ich habe einen Remix gemacht für eine weitere Abgabe und den werdet ihr sogar hören. Allerdings in einer abgewandelten Form, weil eins zu eins so mit den Sound Samples, die ich benutzt habe, darf ich die nicht veröffentlichen, weil es auch eben eine Prüfung war. Aber ich werde mir was einfallen lassen, um den umzumodeln, damit ich da im Endeffekt auch was raushauen kann. Weil es ist ein Remix von der Band, die ihr auch kennt. Das war von Major Moment. Und da habe ich ja auch schon mal den The Flood Remix gemacht, den ihr auch übrigens gerne mal auschecken könnt. Den findet ihr auf Spotify, sowohl auf dem Profil von Alternative Ways als auch bei Major Moment selbst natürlich. Auf YouTube, auf deren Kanal. Und ja, da habe ich eben nochmal einen Remix gemacht für einen Song von denen. Welchen Song verrate ich noch nicht. Und das war auch eine sehr geile Sache, um da auch mal meine elektronischen Musik-Skills in der Beweise zu ständig. Ich habe letztes Jahr auch mal im Stream einen Song gemacht, einen elektronischen Song mit Gitarre dabei und so. Den muss ich eigentlich auch mal fertig machen, dass ich den mal raushauen kann. Einige werden sich erinnern, einige vielleicht nicht. Generell, ich bocke mal wieder in den Streams wieder ein bisschen mehr Musik zu machen. Aktuell mache ich öfter mal Practice Sessions, was eigentlich auch immer so mein Favorite Teil des Streams ist. Komme ich aber auch nicht immer dazu. Morgen Abend werde ich wieder streamen. Ab 19 Uhr wahrscheinlich. Aber da werde ich auch keinen Practice Teil hinbekommen, leider. Schade für alle, die sich auch für dieses sehen wollen. Ich hoffe mal, das sind ein paar. Aber was wir auch machen werden, wo wir gerade beim Thema Stream sind, Resident Evil 3 zocken wir jetzt, das Remake. Haben wir gestern angefangen. Gute drei Stunden schon hingelegt. Wir sind mit Assassin's Creed, mit Assassin's Creed war halt da durch. Soweit. Und jetzt fangen wir an mit Assassin's Creed, äh, jetzt fangen wir an mit Resident Evil 3. Wir haben schon angefangen. Und, äh, jeder, der mich gerne leiden sehen möchte, oder der mich gerne, äh, Nervenzusammenbrüche erleiden sehen möchte, der kann sich gerne mal die Stream-Aufzeichnung von gestern anschauen. Kann ich euch sehr ins Herz legen, ähm, auf Twitch. Ist auch in der Beschreibung verlinkt übrigens, der Account. Guckt gerne mal rein. Ähm, je mehr Leute da da bei Eisen, desto lustiger wird's, glaube ich. Und, ähm, das wird schon echt lustig in den nächsten Wochen noch, ähm, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, da werde ich noch sehr an meine Grenzen kommen. Ist ja jetzt schon so ein bisschen passiert. Ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich mag Horrorspiele sehr gerne. Und, äh, ich gucke mal, dass ich ja auch für, für nach Resident Evil noch ein paar Spiele finde. Ich habe letztens mal im Playstation Store rumgeschaut, und habe ein paar Sachen gefunden, so ein paar Indie-Horror-Games, die mich eigentlich schon sehr interessiert haben, von dem, was ich so gelesen habe. Und, ähm, da können wir, glaube ich, noch ein bisschen was finden, wenn ihr da Bock drauf habt. Und, bin ich auf jeden Fall sehr für zu haben. Es soll ja auch irgendwann noch ein neues Outlast rauskommen, Outlast Trials, wo ich letztes Jahr schon angeteasert, nicht angekündigt, angeteasert, aber auch angekündigt, aber noch nicht datiert. Ähm, da habe ich auch sehr Bock drauf. Äh, der Noah hat letztens Jahr geschrieben, Outlast, kann ich mir auch mal anschauen. Kenne ich halt schon. Also, Outlast 1, ähm, habe ich schon damals, als es rauskam, bei Gronkh auf dem Channel gesehen gehabt, habe es auch schon selber gespielt. Äh, und habe es vor einem halben, dreiviertel Jahr, oder vor einem Jahr ungefähr nochmal geschaut. Äh, Outlast Rüsselblau habe ich auch schon gespielt, habe ich auch schon geguckt. Und Outlast 2 habe ich auch schon sowohl, ähm, selber gespielt, als auch als Display, ähm, von Gronkh geguckt. Genau. Es sind alles geile Spiele, allerdings würde es sich für den Stream nicht anbieten, weil ich eben, genau wie bei Resident Evil 7, zum Beispiel auch, das Spiel halt schon innenauswendig kenne, die Spiele, und da würde sich halt, klar, ich würde trotzdem total im Stress versinken, aber ich, ist, ist, die Story wird mir halt nichts geben, weil ich sie halt schon kenne, sie würde mich nicht schocken, ähm, und nur, um mir Angst zu machen, da finden wir auch ein anderes Spiel, wo ich, äh, zusätzlich noch das Bestreben habe, halt die Story zu, zu erkunden, und zu ergründen. Von daher, warte mal ab. Um nochmal zur Uni zurückzukommen, ich hatte jetzt, wie gesagt, meine Prüfung gehabt, äh, diese Woche, und die Abschlussprüfung war tatsächlich, also keine Theorieprüfung, nicht von wegen, schreibt mal einen Text oder sowas. Wir hatten auch eine Facharbeit gehabt letztes Jahr, da habe ich auch, ähm, recht gut abgeschnitten, aber vor allem ging es jetzt darum, ähm, Praxis zu performen. Wir hatten eine Stunde Zeit, um, ähm, quasi, also in unserem eigenen Studio, also dem Studio der, der, der Uni, wir waren quasi Studiochef, und mussten quasi ein bisschen Roleplay machen. Wir hatten einen Drummer da, äh, und unseren Dozenten, der quasi Prüfer war, und, äh, gleichzeitig Produzent, und wir sollten eben eine Drummeraufnahme machen. Der Drummer hat uns einen Becken-Track mitgebracht, und wir hatten, wie gesagt, 60 Minuten Zeit, wir sollten das Drumset mit vier Mikrofonen, minimalistisch mikrofonieren, ging um eine Demo, was an, die an, was an Label geschickt werden soll, ähm, und wir sollten da quasi einfach nur mal den Track grob, also die Drums grob aufnehmen, und sollten dann, ähm, also wirklich alles mit Mischpult auch und so, ähm, noch ein bisschen bearbeiten, mit Hardware-Equipment, und sollten das dann im Endeffekt als MP3-Final bouncen, und dem Mann, ähm, dann schicken können. Ähm, das war so das, das Ziel. Wir sollten dabei noch mit dem Musiker kommunizieren, so als wären wir wirklich der Chef des Studios, und er wäre wirklich der Kunde, der zum ersten Mal im Studio ist, wir sollten ihn halt, ähm, möglichst so umsorgen, umsorgen und, ähm, ihn quasi auch immer auf dem Laufen halten, über den, den Ablauf, den wir gerade machen, dass er weiß, was abgeht, und dass er auch problemlos einfach aufnehmen kann, und sich da nicht irgendwie selber noch Arbeit machen muss, abgesehen vom Spielen, ähm, als wäre er wirklich ein zahlender Kunde. Und, das hat so weit geklappt bei mir. Tatsächlich, ähm, habe ich jetzt im Endeffekt, also, so meine, meine vorläufige Note ist, ich dachte, zwei, äh, ich wollte eigentlich eine Eins haben, von daher bin ich ein bisschen, äh, unzufrieden, aber trotzdem kann ich damit leben. Aber bei mir ist eben die Mentalität, ähm, je besser, desto gut. Ähm, deswegen, ähm, gebe ich mich da ungerne mit, was zufrieden, was nicht meinen Ansprüchen entspricht. Kann man jetzt sagen, ja, seid ihr zufrieden, du hast noch eine Zwei, kann man so sagen, aber, ich bin doch eher derjenige, der sagt, ach, fuck, wäre besser werden können. Trotzdem bin ich froh, dass es, dass es so gut gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, ähm, relativ schnell eigentlich alles hinbekommen, habe die Drums recht schnell und gut mikrofoniert, habe, ähm, relativ schnell das, ähm, so weit mit dem Kopfhörer hinbekommen, weil du musst ja quasi, wenn du eine Aufnahme machst, immer auch dem Musiker, das, was du quasi am Mischpult bekommst, ähm, nochmal an den Kopfhörer schicken, dass der auch selber hört, was er spielt, und dann eben auch seinen Beckentrack hört und ein Metronom hört, weil der Jammer sitzt da nicht im selben Raum, der sitzt da in einer Drumkabine und dann, äh, und ich sitze quasi in der Regie, sagt man, ähm, wo das Pult ist und wo der PC ist, mit Pro Tools jetzt in dem Falle, und dann, ähm, hat den Musiker updaten, muss den Musiker updaten, muss den auf dem Laufen halten, das habe ich wohl sehr gut gemacht, hab wohl auch, ähm, eine sehr gute Attitude an den Start gebracht, war wohl sehr positiv, äh, und sehr motiviert, was ich halt immer bin, wenn ich ihm meine Arbeit verrichte, die ich ja gerne mache, und, äh, scheinbar waren ein paar Leute aus dem Kurs da irgendwie eher so ein bisschen pissig, wo ich jetzt aber nicht, auch nicht weiß, wer das war und möchte auch nicht wissen, ist mir auch egal, aber, ähm, ich wurde da sehr gelobt dafür, dass ich da wohl mit einer der, äh, mit die positivste Einstellung hatte und wohl auch, äh, mit am schnellsten alles, äh, geregelt bekommen habe, was jetzt nicht unbedingt für Qualität spricht, weil es ging jetzt nicht darum, dass man alles wirklich schnell macht, warum man es gut macht, aber ich habe beides halt geschafft, deswegen bin ich da ganz zufrieden damit, mit der Performance in dem Sinne, und Spaß gemacht hat es auch, weil ich halt auch am Ende noch sehr viel Zeit hatte und dann eben noch ein bisschen analog mixen durfte, ähm, sollte, musste, aber, ja, Spaß macht, durfte, und, ja, das war, äh, eine sehr coole Experience, hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, und obwohl, obwohl es eigentlich eine, eine Prüfungssituation war und eigentlich eine maximale Stresssituation hätte sein können, slash sollen, wie man es erwarten würde, war es irgendwie sehr entspannt, klar, man hat so ein bisschen diesen Drive von wegen, okay, ich muss jetzt innerhalb von, der und der Zeit muss ich was machen, aber, ich habe zwischendurch eigentlich immer gewusst, wo es lang geht, außer wenn mal kurz ein Hänger war, hatte ich ein paar gehabt, dass man mal nicht weiß, okay, warum kommt hier jetzt nichts an gerade, warum habe ich kein Signal, und warum, äh, höre ich jetzt gerade nichts, und warum hört er jetzt gerade nichts, äh, äh, im anderen Raum, und so weiter, aber, im Großen und Ganzen bin ich gut durchgekommen, ich habe, ähm, seltenst mal auf dem Schlauch gestanden, und wenn, dann habe ich es auch wieder selber lösen können, und hätte ich am Ende nicht, äh, bei, also, es hieß halt im Endeffekt quasi, als die Drums aufgenommen waren, ich sollte auf der Snare Drum, und auf der Kick Drum, sollte ich vom Mischpult selber einen Kompressor einbauen, ähm, um halt das Signal ein bisschen, ne, zu komprimieren, den Anschlag ein bisschen rauszuheben, und dann sollte ich noch auf die Snare einen Hall legen, das habe ich auch gemacht, allerdings habe ich da ein bisschen gebraucht, um, ähm, den Hall auch richtig dann, ähm, hinzukriegen, weil das hat halt, wir hatten halt so ein externes Gerät, was ich dann mit verkabeln musste, und wo ich dann eben, ähm, das Signal hinschicken musste, dass der Hall draufkommt, dann das Signal mit dem Hall wieder zurückholen musste, ähm, ins Pult, und das ist halt sowas, da habe ich kurz ein bisschen gehangen, hätte ich da nicht gehangen, hätte ich danach noch, ähm, alles auch hinbekommen, weil im Endeffekt hat es dann gescheitert, ich habe dann eben noch, ähm, den kompletten Track, äh, mit einem Outboard-Gerät, also mit einem externen Kompressor komprimieren müssen, und dann eben nochmal alles komplett nochmal aufnehmen müssen, und dann dieses nochmal aufgenommene als MP3-Datei exportieren müssen, und gerade als ich, äh, quasi dabei war, den finalen Take nochmal neu aufzunehmen, mit allen Bearbeitungen drauf, ähm, dann kam der Prüfer rein, da war die Zeit vorbei, dann habe ich die Aufnahme noch fertig laufen lassen dürfen, aber ich durfte halt nicht mehr, ähm, den Track exportieren, und da hat es halt dann nochmal Abzug gegeben, weil ich halt diesen finalen Punkt quasi nicht 100% abgeschlossen habe, und das ist natürlich schade. Hätte ich da vorher nicht, äh, bei dem Halle so viel Zeit verloren, aber viel Zeit heißt in dem Fall vielleicht eine Minute oder zwei, hätte ich das auf jeden Fall hinbekommen, und dann wäre alles zumindest im Kasten gewesen, aber das war jetzt auch, äh, nicht so schlimm, ähm, ähm, weil selbst wenn es eine reale Situation gewesen wäre, wo ich halt wirklich nur, ähm, bis da Zeit gehabt hätte, und wirklich diesen Track hätte bouncen müssen, hätte ich es dem Musiker immer noch nachträglich abends per Mail schicken können, ähm, wenn er jetzt wirklich Kunde gewesen wäre, von daher wurde dieser Punkt jetzt nicht als zu dramatisch gewertet, aber wäre natürlich cool gewesen, den noch, ähm, mitgemacht zu haben. Aber, wie gesagt, es hat Spaß gemacht, zumal, ähm, der Drummer auch einen, so einen Proc-Rock-Backing-Track im 7-8-Takt hatte, war natürlich sehr cool, hat gut gespielt, hat einen sehr geilen Groove hingelegt, was mir natürlich auch Spaß gemacht hat, ich hatte da im Studio gehockt, hab mitgevibed, dachte mir so, ja man, geil, ähm, und das war halt nice, so, das war halt ziemlich geil. Joa, danach gab es dann noch einen 30-Minuten-Part, wo ich, ähm, Surround-Sound mischen musste, da gab es dann einen, äh, Hyundai-Werbespot zu einem Auto, wer hätte es gedacht, und da musste ich quasi nach gewissen Bestimmungen, ähm, im Surround-Studio quasi das, äh, Routing machen, also quasi, äh, da hieß es dann, dass, äh, also wir hatten ja quasi, ja, oft quasi, ne, sorry, ähm, ich hatte, wir hatten quasi vorne zwei Boxen, rechts und links, wir hatten eine Box in der Mitte und hinten drei noch zwei Boxen, die quasi von rechts und links hinten kommen, ähm, dass wir quasi dieses Surround-Ding halt haben, 5.1, ähm, also quasi fünf Boxen, Center, links, rechts, hinten links, rechts und Punkt 1, ein Subwoofer für eben, ähm, den Low-Frequency-Anteil. Genau. Und da hieß es dann eben zum Beispiel, ja, die Musik soll uns, äh, umgeben, das heißt, ich musste die so legen, dass die sowohl hinten auf den Boxen ist, als auch vorne, die Sprache sollte aus der, aus der Mitte kommen und sonst nirgendwo her und sonst sollte auch nichts aus der Mitte kommen, außer die Sprache und so musste ich eben die Sachen da einstellen, war eine relativ große Session mit vielen Spuren, die ich aber auch einfach gruppieren konnte und dann war das alles easy, ähm, da hieß dann noch so, ja, äh, importiere das Video-File, weil in Produs kannst du dann auch Video-Files importieren und dann musste ich halt noch, äh, gewisse Sprachspuren an genaue Timecode-Stellen schieben, also Timecode heißt die Zeitangabe, dass eben, dass, äh, der Ton synchron zum Bild ist und, äh, da hatte ich mich einmal um eine Milli-Mikrosekunde vertippt, deswegen hatte ich dann so, an solchen Stellen kurz, einen kleinen Abzieher, äh, einen Abzug in, in der, in der Punktewertung, aber im Großen und Ganzen habe ich es auch sehr gut hinbekommen und auch sehr schnell wieder und dann noch ein paar Bearbeitungssachen, wie zum Beispiel, dass, äh, die Stimme immer die, die Musik so ein bisschen überdecken soll, also quasi mit einer Sidechain-Kompression, wenn das was sagt, das heißt, jedes Mal, wenn die Stimme, ähm, spricht im Werbespot, wird die Musik automatisch leiser und, ähm, solche Sachen halt. Das ist eigentlich relativ basic, aber natürlich in der Prüfungssituation natürlich auch mit einem gewissen Stress verbunden, deswegen, ähm, ja, aber ich war da auch relativ gechillt, habe alles hinbekommen, habe keine Probleme gehabt und habe ein, zwei Kleinigkeiten vergessen, im Endeffekt ein, zwei Knöpfchen zu drücken, aber das war auch nicht weiter schlimm. Ähm, meine Note hat sich dadurch nicht, nicht, äh, verändert. Ich bin bei der 2 geblieben und, äh, joa, bin mal gespannt, was es noch auf meine letzten Musikabgaben, ähm, kommt, eben auf diese Beatles-Produktion und den Remix und dann mal gucken. Ah, delicious. Immer schön am Ende der Session im Gym nochmal zum Getränkespender, nochmal auffüllen, nach Hause gehen und dann abfüllen. Wundervoll. Genau. Ähm, das war das, äh, Thema Uni, was ich noch erzählen kann. Ich habe mich diese Woche wieder ein bisschen, ähm, der Nostalgie hingegeben, denn ich habe letzte Woche mit meinem besten Kumpel zusammen, ähm, eine heftige Gaming-Session hingelegt und, äh, tatsächlich hatte er seine alte PS2 am Start und da haben wir tatsächlich wieder die PS2 angeschmissen, zum ersten Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren und haben fucking Tony Hawk's American Wasteland gespielt. Ich weiß nicht, wer das Spiel noch kennt, absolut geil. Ähm, Ich habe die Pro-Scaler-Teile nie gespielt, deswegen, da kann ich jetzt nicht mitreden, wenn die meisten sagen, ah, die waren viel geiler oder, ah, ich kenne die. Klar, die Pro-Scaler-Teile ist natürlich das Aushängeschild der, der Reihe von Tony Hawk, ähm, aber das, was wir immer gezockt haben, war immer American Wasteland. Wir haben das damals 2008, 2009 schon angefangen ähm, zocken. Ich glaube, es ist irgendwie von 2005 oder so oder ist es schon 2008? Ich weiß gar nicht, ich glaube 5. Ich weiß es aber auch nicht. Auf jeden Fall hatte er das damals schon ein bisschen gehabt und da haben wir das mal und das war halt irgendwie, ist das Spiel so bei uns voll zur Tradition geworden. Wir haben das Jahre immer wieder gespielt, bis wir halt irgendwann so ein bisschen die PS2 aus den Augen voll und haben beide die PS4 auch rauskam und so und dann war das so ein bisschen nicht mehr so interessant. Dann habe ich vor drei Jahren nochmal angefangen und wollte das Spiel nochmal spielen. Problem war nur, ich hatte keinen Controller, der noch funktioniert hat. Mein Alter war kaputt, dann habe ich mir bei Amazon einen Gebrauch bestellt. Der kam aber auch kaputt an. dass da ein paar Tasten nicht mehr richtig funktionieren wollten, weil der wohl auch unterwegs ein bisschen durchgeshakt wurde. Was nicht absolut dumm war, ist, dass der Typ, der den verkauft hat, einfach in einem gepolsterten Umschlag verschickt hat, also in so einem Polsterbag und nicht in einem wirklich Karton mit noch lagenweise Schutzzeug drin. Dann habe ich ihn zurückgeschickt, habe einen zweiten bestellt. Gleiches Problem. Richtig ranzig. Und dann hatte ich halt wieder keinen gehabt. Als ich letztes Jahr eingezogen bin mit Michi zusammen, hätte ich zwar theoretisch einen alten von ihm gehabt, den ich nutzen könnte, habe aber auch nicht daran gedacht, weil ich letztes Jahr so wenig Zeit irgendwie hatte und so wenig Kopf zum Zocken, dass ich da gar nicht drauf gekommen bin. Und jetzt habe ich halt einfach spontan letztens, als ich da, bevor ich zu einem Kumpel gefahren bin, habe ich gemeint, ey, hast du eigentlich deine PS2 noch am Start? Er so, ja, natürlich. Ich so, oh shit, lass mal Tony Hawk zocken. Haben wir gemacht. Haben dann irgendwie noch den halben Tag der Tony Hawk gezockt. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir erstmal, er hat mir sogar seinen alten Controller mitgegeben, weil er eigentlich nicht hier in der Gegend wohnt, sondern Hannover mittlerweile und nur bei seinen Eltern zu Besuch war quasi. Und dann hat er mir seinen PS2-Controller mitgegeben. Ich habe die PS2 abends nochmal angeschmissen, habe weitergespielt. Habe nochmal von vorne angefangen, besser gesagt. Absolut geil. Das habe ich die ganze Woche immer wieder abends noch so ein, zwei Stunden, wenn ich dann quasi mit Arbeit und Üben fertig war. Noch Tony Hawk, habe ich noch angefangen Tony Hawk zu spielen. Absolut geil. Er ist Balsam für die Seele aktuell. Das ist echt der Wahnsinn. Ich finde das immer generell so geil. Das ist, hilft mir immer sehr, mit auch so Stress klar zu kommen und so, wenn ich halt irgendwas habe, was mir so einen Bezug zu früher gibt. So Nostalgie, einfach den Nostalgie tragen, befriedigen. Ich bin generell so ein Mensch. Nostalgie bewirkt bei mir echt einiges und löst bei mir einiges aus, so auch von meinem allgemeinen Befinden her. Versetzt mich in sehr gute Stimmung und es hat so viel Spaß gemacht, letzte Woche auch einfach noch dann da zocken. Tony Hawk, American Waste, zocken so wie damals 2008, 2009 mit 11, 12 Jahren. Dabei dann noch vor allem die alten Linkin Park Tracks gehört. Ich habe nochmal letztens die Highway Theory Anniversary Ding durchgehört an so Songs wie Step Up oder High Voltage und My December und so und die ganzen alten Demos zu hören, während man dann dieses Spiel zockt, was auch die Tracks waren, die ich damals halt auch gehört habe, als ich das Spiel zum ersten Mal gezockt habe. Das ist halt, das war total der Brainfuck. So ich habe mich halt gefühlt, als wäre ich jetzt 12. Die ganzen alten Missionen von damals, wo ich teilweise da echt gemerkt habe, so Alter, sind die fucking schwer. Zum Teil, ich habe ja echt gestruggelt, wie habe ich das früher gemacht? Habe ich ja gecheatet oder was? Aber tatsächlich auch einiges, woran ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, wo ich dann auch dachte, so Alter, hä? Vor allem, weil früher habe ich zum Teil auch in solchen Spielen, die vor allem Open World waren, habe ich selten die Story-Missionen gemacht. Da habe ich mich gefragt, wie bin ich denn da eigentlich, war immer weitergekommen, wenn ich eigentlich nie die Story bei solchen Spielen gemacht habe. Bei GTA zum Beispiel auch. Ich habe GTA 4 2008 damals bekommen in der PS3, habe es aber 2014 oder so, oder 2012 erst durchgespielt gehabt. 2012 war es, glaube ich. Oder 2013, ich weiß gar nicht, irgendwie sowas, kurz bevor dann auch GTA 5 rauskam. Da dachte ich mir so, Alter, weil ich ja auch wirklich nie die Story gemacht habe, immer nur irgendwie dumme Scheiße gemacht habe in der Gegend. Und dann habe ich jetzt aber bei Tony Hawk gemerkt, so okay, ich war damals eigentlich echt weit, und habe das Spiel noch einmal durchgespielt. Wie habe ich denn das angestellt? Keine Ahnung. Aber es ist generell krass, merke ich immer wieder, wenn ich mehr so alte Spiele wieder auspacke. Oder auch Spiele, die quasi Fortsetzungen sind von Spielen, die ich damals gespielt habe. wie viel Zeit ich früher noch in solchen Spielen verbringen konnte, damit einfach Scheiße zu bauen und mich nicht an die Story zu halten. Wenn ich an so Spiele denke, wie GTA 4 zum Beispiel oder auch Just Cause 2, wo ich teilweise einfach außerhalb der Missionen irgendein Bullshit gemacht habe, mich nicht mehr darum gekümmert habe, die ganzen Maps zu erkunden. Ich habe einfach an selben paar Spots immer denselben Kram gemacht. Das hat mich über zig Stunden hat mich das unterhalten. Und heutzutage denke ich mir einfach so, bin ich viel mehr in dieses Spiele so spielen, wie es vorgesehen ist, irgendwie abgerutscht. Und weiß nicht, auch bei den letzten Just Cause Teilen konnte ich mich ja gar nicht mehr wieder so mit so viel Zeug irgendwie rum amüsieren, wie ich es früher gemacht habe. Aber auch bei GTA 5 war das schon so, weil ich viel mehr einfach auf die Story gegangen bin und die Missionen und gar nicht mehr so sehr auf das einfach nur rumfahren, dummes Zeug machen. Gut, bei GTA 5 war die Polizei auch aggressiver als der GTA 4. Könnte dazu beigeschauen, getragen haben, dass ich dann nicht mehr so easy am Start war. Aber ja, das sind halt so Sachen, wo mir dann auch mal auffällt, wie sehr ich mich auch in der Hinsicht verändert habe. Und gerade wenn ich in so einem Spiel immer wieder spiele, habe ich es das letzte Mal gespielt, ich glaube in 2014 hatte ich noch bei Tony Hawk einen Spielstand gehabt, 2018 einen, wo ich es dann nochmal versucht habe, 2014 war der letzte, wo ich ernsthaft gespielt habe, wo ich es auch durchgespielt habe, glaube ich. Da habe ich dann auch, vor allem, ich verbinde mit den Spielen immer halt diverse Zeug. Damals, als ich es dann auch durchspiele, habe ich die ganze Zeit immer drei Fragezeichen Hörspiele dazugehört und so. Und so habe ich halt auch voll im Kopf, das brennt mich halt voll ein. Und wenn ich das dann wieder mache, oder auch wenn ich die alten Linkin-Park-Songs höre, während ich das quasi spiele, dann ist das auch wieder so, weiß nicht, da ist das so voll dieser Happiness-Overflow, einfach dieses zurückversetzen in die gute alte Zeit, in Anführungszeichen, halt einfach so heftig durchkickt im Moment, dass ich glaube, wenn ich mal wieder anfangen würde, jetzt auf der PS2 nochmal Lego Star Wars zu spielen und so den ganzen Kram, ich habe noch ganz, eigentlich alle meine alten PS2-Spiele habe ich noch rumfliegen und ich glaube, da werde ich in der nächsten Zeit noch ein bisschen Zeit rein investieren, weil jetzt bis die PS5 dann irgendwann mal kommt, also bei mir ins Haus kommt, weil da ist sie ja schon, so gesehen, also die gibt es ja schon, auch schon wieder fast ein Jahr jetzt, auch schon krass. Gut, die meiste Zeit konnte man sie gar nicht kaufen, aber das ist schon heftig. Ah, also PS2 wird in der nächsten Zeit oft gespielt. Mal schauen, ob ich da irgendwie auch eine Möglichkeit finde, das zu streamen. Ich habe noch meine, meine alte Elgato Game Capture da rumfliegen irgendwo. Ich habe auch einen HDMI-Adapter für die PS2. Vielleicht kann ich da irgendwie was arrangieren. Muss ich mal gucken. Wenn ihr mal Bock habt auf Playstation 2 Gaming Streams, sagt Bescheid, da habe ich einiges an Games. Was man mal anzocken kann. Egal, ob jetzt irgendwie The Incredibles, Lego Star Wars, alte King Kong oder so ein Kram. Ey, so viel geiler Scheiß, den ich damals gezockt habe, das ist der Wahnsinn. Haut mal in den Kommentaren raus, was eure Lieblingsgames aus der Playstation 2 Zeit sind. Wenn ihr damals schon, wenn ihr damals gezockt habt, würde mich mal sehr interessieren. Lasst uns da mal ein bisschen in den Kommentaren drüber quatschen, da habe ich richtig Bock drauf. Das kickt auch wieder meine Nostalgie. Oh Mann. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich Tony Hawk und American Waste dann durchgespielt habe. Aktuell habe ich es noch nicht durchgespielt. Oh, apropos. Es gibt ja jetzt auch, habe ich letztens wieder den Trailer gesehen, es soll ja auch bald irgendwann ein neues Skate kommen. Skate 3 ist auch eins meiner, glaube ich, meist gespielt und am häufigsten gespielten Spiele aller Zeiten auf der PS3. Absolut heftiges Spiel, habe ich immer gesuchtet und das könnte man auch mal streamen. Boah, ich glaube, ich streame halt irgendwann auch Skate 3. Sau gut. Oder halt dann das Neue, wenn es kommt. Also wenn ein neues Skate rauskommt, könnt ihr euch darauf verlassen, dass das auf Twitch geballert wird. Ist mir egal, ob es ein Dreivierteljahr dauert oder wieder oder sowas. Alter, Skate ist einfach ach, so gut. Naja, Leute, haut mir in die Kommentare, was eure Lieblings Playstation 2 Spiele waren oder vielleicht heute auch sind und woran ihr euch am besten und am positivsten erinnert und wo am meisten Spaß hattet oder auch gerne, was euch am meisten abgefuckt hat. Weil lasst uns nicht vergessen, dass Playstation 2 Spiele oder Spiele aus der Zeit damals teilweise noch viel, viel schwieriger waren als heutzutage die Spiele sind. Habe ich es auch gerade gemerkt bei Tony Hawk und ja, lasst uns nochmal philosophieren, drüber quatschen. Ansonsten bin ich für heute fertig mit meinem Inhalt und sage, schönen Restsonntag, wobei wahrscheinlich der Podcast ja irgendwann später Abend erst kommen wird, so wie immer halt, weil ich jetzt auch gleich noch Besuch bekomme und noch Essen zubereitet wird. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Grüße gehen raus an die New Kids. Leute, macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns morgen Abend, 19 Uhr auf Twitch. Seid dabei. Resident Evil 3 und Reactions. Haut rein. Tschö. Mad love. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Board juegos codes Funktion Trên god Dürburcoy Lin . von